Weil wir wissen doch auch eines, dass Corona, dass diese Pandemie als Mittel zum Zweck missbraucht wird. Das wisst ihr alle. Und wenn ihr euch dafür interessiert, ich habe hier ein Buch von Fletcher Prouty. Wer von euch hat davon mal was gehört? Wir müssen hier nicht nur über Corona sprechen, sondern wir müssen ganzheitlich hier über all das sprechen, was unsere Freiheit bedroht. Und ich bin in ganz großer Sorge davor, dass alles getan wird, eine Weltregierung zu installieren. Und diejenigen von euch, die noch glauben, dass das eine Verschwörungstheorie ist, wer mein Buch gelesen hat, fremdbestimmt, weiß, dass es nicht so ist. Wir werden Fakten auf den Tisch legen. Wir werden euch nachvollziehbare Zitate geben, damit ihr sensibilisiert werdet, damit ihr die Fakten an die Hand bekommt. Wir werden auf die Rückseite dieses Schleiers die Aussagen von John Ioannidis bringen. Wir werden dort Fakten überprüfbar bringen, damit die Menschen eben sehen, wie sie hinter die Fichte geführt werden. Wir verbreiten hier keine Fake News. Ich glaube, ihr müsst uns so mal raussuchen, wo der Herr Lauterbach wohnt, weil den Lauterbach, den würde ich gerne auch mal kennenlernen. Ich glaube, ihr müsst uns so mal raussuchen, wo der Herr Lauterbach wohnt, weil den Lauterbach, den würde ich gerne auch mal kennenlernen. Wer unbedingt geldlos werden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden. Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wieder. Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelpersonen decken, ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up! ... ... ... Untertitelung. BR 2018